Ja, hallo und willkommen zurück zu WWE 2K22 und ich... 2K22, 22, egal. Okay, wir sind hier wieder im... Wo sind wir überhaupt? Nein, ich darf nicht mehr. Das GM-Büro ist das. Natürlich von Smackdown und wir reden jetzt mal mit Adam Pearce. Hey, hörte du über Jimmy Uso's injury? Ja, aber was hat das mit mir gemacht? Jetzt seine Frau Naomi braucht eine neue Partner in den Mixed Match Challenge Tournament. Als ein reminderer, die winners werden die Co-GMs von Smackdown für eine Nacht. So, sind Sie interessiert in seine Platz? GM für die Nacht? Ja, ich bin. Ein GM für eine Nacht, das klingt doch mal gut. Ersatzpartner, okay, los geht's. Keine Sache. Was ist das, neue Partner? So, hast du gehört, huh? Ja, ich war ziemlich bummed als Jimmy ging, aber wir können immer noch das beste aus einer schlechten Situation machen. Wo sind wir in den Standings? Ich habe nicht folgt die Mixed Match Challenge zu viel. Okay, okay. Ich habe es. Okay, okay. Okay, okay. Ja, ich werde noch mal getextet. Passt in der Mixed Match Challenge gut auf meine Frau auf. Ich wollte GM sein, aber wenigstens hat sie immer noch die Chance dazu. Bau keinen Mist, Jimmy. Ja, Jimmy Uso, der Mann von Naomi. We, oh. Oil meets water. The following contest is scheduled for one fall. On the way to the ring, the Scorpio, Frank Miller, and Naomi. They call it Mixed Tagg for reasons, very different personalities in the ring. It is never too late to learn something new, and I hope she realizes that. There are no excuses. He knows it's time to go now. Well, Misery left company. I came to the baby, there's a place to pay, time for you to get down on your knees. I came to the baby, there's a place to pay, time for you to get down on your knees. I came to the baby, time for old days, to never coming back on your feet. I came to the baby, I came to the baby, you get my shoes, stay. I bet you had a time to go now. And their opponents, The Bands and Maryse. That's why W's team is a great sucker for a lot of guys sitting together on my screen. You compare to see a lot more of them, Saxton, because these two are the future of Mixed Tag Wrestling. Look at him! All right. Run away. If you can see me. Don't even say my name. Don't hold that, you can know me. Don't try, and pay, that blame. Oh, also dieses Entrance-Film hat ja den Miss auch schon gefühlt 20 Jahre, oder? Oh, na, nein, was mache ich denn? Hier wird Blödsinn. Ein Fehler und, ja. Hint vor der Aufgabe, es ist also egal, wer hier gewinnt. Ob jetzt Naomi Pint oder ich, das scheint egal zu sein. Es geht ja um den GM-Posten. Um den GM-Posten. Ja, Entschuldigung, wenn ich bei den amerikanischen Leuten nicht so reinquatsche, denn ich habe hier auch was zu melden. Zack, zack, jetzt wird er erstmal eins, jetzt gibt es erstmal Wackenklatschen, Gesichtsklatschen. Und gleich nochmal, ey. Komm, das war so ein schlechter Anfang von mir. Ah, stimmt. Ah, okay. Wir haben wieder diesen Double-Team-Move. Okay, das ist eigentlich die Sache, die fand ich sehr gut gelöst hier. Wenn man ein Mix-Tag-Match macht, dass man dann so einen schönen, wunderschönen Double-Team-Move machen kann, das finde ich einfach super. Oh, der Referee, der Rund, der war auch Roman, es ging so richtig. Es ging es um seinen Job, ja. Pass mal besser auf, dass du hier nicht wieder wegschaust. Okay. Und wieder. Ich versuche gleich mal den hinten, weil der hat das letzte Mal auch so schön gekriegt. Zu früh. Die dicke Frau sinkt noch nicht. Ich versuche mal ein bisschen Chaos-Stiften hier. Also, Maryse möchte ich nicht angreifen, ey. Nein, wieder nein, nein. Fehler, Fehler. Nein, wieder nein, nein. All the way to the floor, ja, das war eine Art Slingshot-Stunner. Nicht zu vergessen, ich habe ja auch nichts vergessen. Und weil es so schön war. Dein Omi springt nur. Feel the glow. Oh, also fühl den Handschuh. Tja, ich habe es ja gesagt, ich lasse Naomi gewinnen und bin jetzt gespannt, wie es aussieht, wie er hier den GM-Posten bekommt. Ob es Naomi wird, oder ich. Tja, es hat gereicht, um zu gewinnen. Und mir ist das wichtig. Machen wir nächste Woche gegen Josh und so weiter. Ja, oh, aha. Danke, Babe. Hey, das ist meine Frau. Nur Spaß, gute Arbeit, viel Glück nächste Woche. Ich werde zusehen. Jimmy. Na ja, danke, Babe. Ich dachte schon, das kann ja nicht an mich gehen. Das ist nicht meine Frau. Ich hoffe, sie hat es gemacht. Ich hoffe, sie hat es gemacht. Die nächste Contest ist scheduled für eine Fall. Auf der Weg zu der Ring. Die Scorpion. Frank. Miller. Und Naomi. You always have to be careful with a pairing like this. You don't really know what level of sportsmanship to expect in the match. I've had a bad feeling that he'll be a negative influence on her. I hope I'm wrong. It's the international sensation, Paragon J. Pierce. And from Arlington, Virginia, weighing in at 235 pounds, Paragon J. Pierce. Now, who the first to say, Paragon J. Pierce has real potential to be a WWE Hall of Fame or one day. It's more of a first battle football gamer to me. Here we go. Let's see if Paragon can back up his big talk. The talented Josie Jain is here. And from Calgary, Alberta, Canada, Josie Jain. The WWE Universe has been counting the days, hours, and minutes for this match to start. And the countdown is almost over. Josie Jain looks like she's about to bring the pain. As the 75 medal gets underway, I'm still so much surprised to see Naomi in a replacement form. I think their partner have advanced this far. They've won one match, Cole. I think their luck ends tonight against Josie Jain and Paragon J. Pierce. Well, I know Jimmy Uso is home, pulling for the underdogs. And hey, a similar run like this is what makes tournaments so great. Oh, excuse me. ich halte mein mikro gemütet ich bin natürlich auch noch da lassen wir die damen zu sagen geht eigentlich einfach mal es geht doch es geht ein anderer je nachdem welche richtung ich drücke ein anderer eine schöne doppelt losleinja menschen schöner warm schön gemacht vom mittleren seil ich habe auch keinen Atomic Job bevor er die Baba-Bulli-Baba-Rae-Bomb mir ist es schön wenn mir schon mal was gefällt schluss Josi ist in a distressing spot Naomi can't be stopped right now Swole it's home Things taking a turn for her now Stopping, down kick lands wow look at headset do you still feel the glow when the lights are out from the middle oh hmmm Gentleman wenn nichts dazwischen kommt klappt das genauso wie vorhin okay ja als Gentleman lässt man die Frau gewinnen und damit hat sich's erstmal hier sind eure Winner The Scorpion Frank Miller and Naomi es ist Perry Payne stark Dividend mit einem impressive Tag sie gewinnt Each of these women kann für einen Titel die wir uns winnen Hilt's denn noch ein Match? Nicht schlecht für einen Ersatzpartner stimmt's ganz und gar nicht nur an an einen Sieg und einen GM Smackdown wir kriegen aber ihr seid so schnell am texten okay zeig's ihnen Babe das ist Jey Oso Jimmy Oso ich hab mir schon denken können dass es drei mal ist drei teams jetzt jetzt das ist ein Odd Couple The following contest is scheduled for one fall on the way to the ring the Scorpion Frank Miller and Naomi she made me smile she made me smile she made me smile The King of Strong Style has arrived and again we're about to see the real striking ability and Shinsuke Nakamura on display oh shit is a true international superstar and from Kyoto Japan weighing in at 220 pounds he is the artist known as Shinsuke Nakamura Shinsuke Nakamura I love how Nakamura always carries himself like a champion Effortless charisma on display I said Shinsuke Nakamura I said Shinsuke Nakamura I said you're jealous but that's okay so does Moe for the WWE Shinsuke Nakamura one of the all time greats in the ring around the world Behold the Empress of Tomorrow And from Osaka Japan Oka Baron you are definitely not ready for You're on a good day, now, how are your best days? No one is ready for Asuka. Can I finish my thought? I'm sorry, Corey, can you do this? Okay. Maybe you can borrow Asuka's mask. Anyway, she's a Women's Grand Slam Champion. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, Shinsuke Nakamura, Asuka, in Auch Shinsuke Nakamura-Pinnin steht hier oben, okay Ich weiß nicht, was ich gerade sagen wollte, waren nicht beide von Osaka, Japan? Auch Shinsuke, war das nicht gerade so? Oh, da haben die Amis wieder meine eigene Stadt und konnten uns ein Land bringen. Ja, Deutschland, Berlin, Tschechei, Prag, was weiß ich, aber da gab es noch keinen Westerfrau, die ich weiß nicht, Prag. Wahrscheinlich kommt das meinem Heal-Charakter am besten, wenn ich Shinsuke Nakamura pinne. So, jetzt versuche ich meinen anderen Double-Team-Move. In Stereo, genau. Also darf ich jetzt hier kein Gentleman mehr sein. Das ging daneben. So schnell geht das auch wieder nicht. Nein, kein Pin. Ich darf das nicht aus den Augen verlieren, dass ich hier Shinsuke pinnen muss. Sie schießt auf den Top-Man. Dangerous thinking. Ready, Bettenko! Hit it at the top now. For the top! Oh, good Lord! Takes another trip to the sky and it pays off once again. Once again! Oh, was für eine eingeschränkene Quellefrau. Ah, sie hat es geahnt. Oh, es gibt auch ein Signature-Move in der Ecke. Ja, gut, okay. Natürlich. Nichts. Ich hoffe, die Geräuschkulisse ist nicht so, dass man die Kontrolle hört. Alter Schwede, was ist denn jetzt? Gar nicht so einfach. Ah, war das nicht gut. Okay. Pinz-Versuch? Nein, natürlich nicht. Nein, das ist ein Klatsch. Oh, diese Klatsch auf dem Gesicht. Der Referee, der muss, in komischer Weise hat er an solchen Stellen Augen. Wo ich mir denke, wie sieht er das jetzt? Doch nicht. Gute Kameraeinstellung. Doch nicht. Doch nicht, doch nicht. Noch ein Frogsflash. Noch einmal diese schöne Kamera. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Oh, wow, wow. Und der dritte Versuch mit dem Frogsflash. Ja, ich sollte das so machen, sonst hätte ich Naomi gewinnen lassen. Ja, Jimmy Uso ist verletzt, immer noch. Deswegen, übrigens bin ich der Partner, weil ich das nicht mitbekomme, der Tag-Partner von Naomi, weil Jimmy Uso verletzt ist. Und congrats wieder an den Winnie-Pair. Mann, meine wunderbare Frau, das kommt wieder von Jimmy. Danke, Babe. Danke, Babe, der war auch daran beteiligt. Ja, ich war auch beteiligt. Was ist das jetzt? Ist das jetzt zu Ende? Nichts danach mehr, was kommt. Das ist doch jetzt ein Witz, oder? Glückwünsche und oben steht 100%. Ah, doch. Okay, wir reden mal. Wir haben das als ein Team gemacht. Ja, wir haben vielleicht ein letzte-Minute-Trohung-Together-Pairing, aber es funktioniert okay. So, als GM of SmackDown, ich weiß, dass ich mich ein Universal-Title-Match gegen Roman Reigns geben werde. Aber was werden Sie machen? Haben Sie ein Glow-in-the-Dark-Match oder was? Funny, nein. Ich werde meine SmackDown-Women-Title-Match-Title-Match. Es ist schon sehr lange, seit ich hält Gold. So, danke für mich zu helfen, dass es möglich. Und gut luck gegen Roman. Er ist Familie, aber ich werde nicht schmerzen, wenn du ihn kannst. So, das ist es dann, huh? Nah, ich werde sehen Sie mal. Vielen Dank. Ich werde mich aufhören. Ich werde mich aufhören. Der nächste Contest ist scheduled für One Fall. Und ist für die WWE-Universal-Championship. Die WWE-Universal-Championship. Wir sind jetzt zu sehen, dass wir etwas gut sind. Wir sind gespielt. Die Hand of the Table. The Tribal Chief. Protecting his Samoan family legacy on top of the food chain. A main eventer since day one, but now the Tribal Chief is tougher than ever. The man who upholds the Anaheim family legacy by any means necessary. Roman Reigns always in tremendous physical condition, probably the most important thing. Probably the best shape of his career, but now more dangerous, more dominant, and more focused than ever. Will not relinquish his seat at the head of the table for anyone. Roman Reigns looking to continue expanding his empire. Roman Reigns! Roman Reigns! Roman Reigns! Untertitelung des ZDF von Dresden, Deutschland Weighing in at 275 lb The Scorpion Frank Miller Und introducing the Champion From Pensacola, Florida Weighing in at 265 lb He is the WWE Universal Champion Roman Reigns This is always a match with enormous implications for the landscape of the entire WWE This capacity crowd is waiting with bated breath The Universal Championship It doesn't get bigger than this Ja Eins mal vorweg Ob ich Roman Reigns Aktuell Ausbühen würde Nein, ich würde es nicht Ich muss sagen, er ist anders als wie vor ein paar Jahren Mit seiner ganzen Bloodline und alles, das finde ich richtig super gemacht Auch mit Tür Ja, mit Paul Heyman an seiner Seite Der teilweise auch gar nicht mehr so auf Fällt Weil Roman Reigns, das ist eigentlich nur der Titelhalter Oh ja Das ist nicht der Halter an sich Sondern der den Titel trägt Paul Heyman, äh Heyman meine ich Ich habe so das Gefühl, dass ich den Titel jetzt noch nicht gewinnen darf Ich muss so loslegen, falls ihr euch fragt Ja Typ Mach doch langsam, ja, ich muss das machen, ich muss Und dann passiert sowas und ich verliere den Titel und muss das Match nochmal ansetzen Backstabber, ja, ich mag diesen Move, Backstabber Ich kann es noch immer wieder üben betonen Ich greife die Roman Reigns im Ring Okay Und jetzt der Challenger sieht, dass die Roman Reigns kontrolliert hat In dieser Universal Championship match Ja, ein match er sich gemacht hat Er hat wirklich gewonnen Warte mal, das ist Jimmy Uso Er hat vier Wochen mit einem Injury Ich glaube, er ist nicht hier, um zu begrüßen seine Freundin zu verletzieren Auf die Mixed Match Challenge Wenn Dinge gingen anders Das könnte sein, das wäre Uso's Championship heute Nacht Look out, Roman Reigns Superbad Punch Wie konnte ich nur glauben, dass Jimmy Uso das vergessen hat Dass seine Frau nicht GM geworden ist Wie konnte ich das nur vergessen Ach man Ja, sein Cousin Groß Cousin, ja Jimmy Uso Ja, das war wohl noch nichts Ja, auch ein bisschen früh für den Universal Championship Konnte ich mir nicht so denken Das passiert, wenn du meine Frau zu nahe kommst Ist überhaupt nicht zu nahe geworden, aber ja Kann ich mir still sein Was zum Geier, Jimmy Wir waren Tag noch nichts weiter Ja, stimmt ja auch So auf Zu spät Der Schaden ist schon angerichtet Von Jimmy Uso Halte mich da raus Mein Gott, jetzt habe ich aber richtig lange aufgenommen Ich hoffe es ist hier wieder Stimmen versetzt Wie im letzten Part Auf jeden Fall verabschiede ich mich erst mal Die Geschichte scheint noch ein bisschen länger sich zu ziehen Ja, Jimmy Uso ist eifersüchtig Wir waren eigentlich nur Tag Partner Und es gab ja auch keine Optionen, dass ich sie anmachen könnte Ich hätte es natürlich nicht gemacht Aber ja Es ist immerhin Es ist seine Frau Und er soll sich nicht so aufregen Nicht so haben Und ja Leute wie immer Vielen Dank fürs Zusehen und Zuhören Und das nächste Mal erfahren wir mehr Dann beenden wir diese Geschichte hier Ja Universal Champion war ich noch keiner Aber wir werden sehen Weiter geht's Bis zum nächsten Mal Ich bin weg Tschüss